Ich kaufe den kleinsten Bubble Tea der Welt. Ja, Leute, mit klein meine ich auch wirklich klein, klein. Nicht nur diese kleinen Größen S oder XS, sondern wirklich mini. Ich bin ins Auto gestiegen und losgefahren. Bin nicht losgegangen, ich hab mich erst mal umgeguckt, so welche Bobas und so ich will. Wird ja immer so komplett verschiedene Sorten. Erdbeer und Mango genommen. So rot und orange. Schaut euch mal bitte diese Behälter an, wie süß ist der bitte. Dann hat irgendwas hinten zusammen gemischt. Schaut halt wirklich aus wie so ein Labor, irgendwas durchgemixt. Auf jeden Fall sehr spannend. Und dann hab ich's bezahlt und dann hab ich auch schon meinen Mini-Boba bekommen. Schaut euch mal bitte diesen Mini-Strohhalm an. Wie süß ist es bitte und Leute, dieser Bubble Tea ist einfach so klein wie meine Hand. So kleiner als meine Hand und meine Hand ist schon klein. Wie süß sieht es bitte aus?